Eines Tages hütete Mose die Schafe seines Schwiegervaters Jitro in der Wüste, und er kam zum Berg Sinai, dem Berg Gottes. Da sah er einen Dornbusch, der lichterloh brannte. Wie ist das nur möglich, fragte sich Mose erstaunt, der Strauch brennt und verbrennt doch nicht, das muss ich mir unbedingt von Nahem ansehen. Doch plötzlich hörte Mose eine Stimme aus dem Feuer. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose erschrocken. Und die Stimme rief, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Land. Denn ich bin hier, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da wandte Mose sich ehrfürchtig ab, er wagte nicht hinzuschauen, aber er hörte, wie Gott zu ihm sprach. Mose, geh zurück nach Ägypten, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk Israel frei. Denn ich habe gesehen, wie sie leiden, ich habe ihre Klagen gehört, ich will sie retten und aus Ägypten führen. Ich will sie nach Hause bringen, in das Land, wo Milch und Honig fließen. So geh, du sollst das Volk aus Ägypten führen. Ich soll zum Pharao gehen, fragte Mose erschrocken. Ich soll die Israeliten aus Ägypten führen? Warum denn gerade ich? Ich werde bei dir sein, sprach Gott. Aber, wandte Mose ein, sie werden mir nicht glauben, wenn ich zu ihnen komme. Sie werden fragen, was ist das für ein Gott, von dem du da redest? Da sprach Gott, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist mein Name. Er bedeutet, ich bin da. Den sollst du zu ihnen sagen. Also geh und sage den Israeliten, ich habe dich gesandt. Aber Mose zögerte. Ach, Herr, rief er, ich kann es nicht. Ich konnte noch nie gut reden und jetzt erst recht nicht. Ich werde dir sagen, was du reden sollst, antwortete Gott. Nein, nein, rief Mose, nimm, wen du willst, nur nicht mich. Aber Gott sprach, Aaron, dein Bruder wird dir helfen. Er wird mit dir zum König gehen und für dich sprechen. Er ist schon auf dem Weg zu dir. Da wagte Mose nichts mehr zu sagen. Er brach auf und zog nach Ägypten. Und Gott war bei ihm, bei jedem Schritt und Tritt.